Das Nichts zwischen Nichts und Nichts, das große Nichts, das investiert wurde... Ach, das müsste doch noch da sein, das Nichts zwischen Nichts und Nichts, das große Nichts, das investiert wurde. Das müsste doch noch da sein. Fund, ProVoter, Investment AG, zum Kauf anbogen. Aber es muss jemanden geben, für den es sich ausgezahlt hat. Und wovon? Von Nichts, denn wir sind rechtungslos, führungslos und orientierungslos auf den Märkten. Dann kommt vielleicht noch was, aber was? Wo bringen wir den Einkaufskorb, den wahren Korb? Und was lehnen wir rein? Die Berge haben Sie jetzt hinter sich. Die liegen jetzt bereits auf Ihrem Häuschen drauf. Ihre Unsicherheit ist unsere Sicherheit. Die gibt etwas Besseres, etwas viel Besseres, als das Haus investiert. Da geht das Erlösen schneller. Da kommt der Erlöser auch schneller. Mit dem Sie das, was Sie nicht haben, nicht kennen und nicht nennen können, endlich aussprechen können. Also Achtung, Achtung, hier kommt's. Hier kommt es. Freiheit. Achtung, Achtung. Hier kommt es. Gerechtigkeit. Achtung, Achtung. Hier kommt es. Ehre. Achtung, hier kommt es. Pflicht. Achtung, hier kommt es. Pflicht. Vergebung. Hier kommt es. Hoffnung. Hoffnung. Das sagt das Vorwort. Wir können unsere Bestimmung mit einem einzigen Wort umschreiben. Europa. 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 Wirklich geglaubt. Stimmen Sie sich. Stimmen Sie sich. Ihre Maßlosigkeit ist peinlich. Ihre Maßlosigkeit ist peinlich. Angesichts der Weltfeind und der Empörung. Wir bestören. Weil wir uns verantwortlich fühlen. Weil wir uns verantwortlich fühlen. Weil wir uns verantwortlich fühlen. Und Blutgeld ist im Gange. Der Markt wird grau. Die Spekulanten fliehen. Ich muss, ich muss im Überfluss noch einmal vorm Vergängnis blühen. Während Sie sterben, lebt Ihr Kapital. Und es lebt bei uns. Und niemand kommt Ihr Leben raus. Kennt es eine Droge. Kennt es eine Droge. Der Rest von uns ist warm. Der Rest von uns ist warm. Sie können nicht alles besuchen. Bis hier. Das war es noch nie. Hier. Nicht hier. Nicht hier. Dann kommen wir nach Hause. einen Hornsban. scared sein. EheToff umzauflag. Ich Falle schön. Ich bis hier und klei. Das Hitely przysz ich zu wissen. Dann kommen auch die Anferen. Wir patchen First. Ich möchte Sie jetzt bitten, einmal mit mir den wichtigen Satz Wir sind alle individuell zu sprechen. Ich spreche ihn zuerst und dann sprechen Sie ihm nach. Wir sind alle individuell, wie du, wie du, wie du, wie du, individuell, 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 individuell. Wir möchten eine völlig freie Wirtschaft. Ihr Geld ist gut für die armen, kranken und behinderten und es ist auch gut für uns. Das heißt, es ist nicht langscht, denn die Kupse hängt, die Kupse weg, hat keiner an der Kupse und diese Kupse. Das ist nicht langscht, denn die Kupse weg, das ist nicht langscht, denn die Kupse weg, wird ihr nicht in die Maut geschlacht, das ist nicht langscht, die ist schon langscht, das ist nicht langscht, das ist nicht langscht. Das ist nicht langscht, das ist nicht langscht, das ist nicht langscht. Ja, nicht so gierig, nicht so schnell. Okay. Konzentration. Also jetzt. Okay, ich falte diesen Schein, ich zerreißen, ich glaube, bei echtem Geld darf man das nicht zerreißen. Nein, wir verstehen das nicht, wir müssen alle zusammen daran glauben. Gerade bei Geld und Anlagen ist das so wichtig, dass wir alle hier eine gute Energie gemeinsam entwickeln. Jetzt, also ruhig jetzt. Also wir, ja, ich spüre, wir machen gute gemeinsame Energie. Ruhe! 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 Wir müssen alle zusammen da haben, es brennt, sehr schön. Die Flammen haben eine gute Farbe. Jetzt sind etwa noch 25 übrig. Ja. Sehr schön! Sie ist gut! Oh! 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 Das war noch nicht, ganz der Trick! Oh! 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 Ah, der Magic Sharkle gibt mir Kraft. Jetzt kommt es drauf an. Es ist wichtig, mit welchen Beinen man startet. So, da ist es. Jetzt sind 100 Euro in deinem Portemonnaie. Im Portemonnaie? Das habe ich nicht dabei. Sie haben die Chance, eine Entscheidung zu treffen. Und dann treffen Sie sich auch bitte. Und hören Sie auf, irgendwelche Verantwortung an Leute anzuschieben, die ergeblich oben stehen. Denn wenn nicht alle oben stehen, steht niemand oben. Unser Dreck wird anders reingedrückt. Das machen wir besser. Was machen wir hier bei einer Sonnen-Show? Sie sind besser. Jetzt können wir besser. Das ist jetzt der Nud. Das war's nicht der Nud. Nein, 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 nein. Ich habe das nicht der Nud. Das ist dann der Nud ist der Nud. Das ist dann der Nud. Das ist jetzt der Nud. Unter ist der Sonnenschein, die Finsternacht bricht stark rein. Aber meint Sie nicht warum? Was wollten wir sagen? Nehmen Sie uns doch Ihre Erbschaft. Wir haben unsere. Sie haben Ihre eigene. Wir sorgen schon dafür, dass Ihre Erben nicht ins Erben gehen. Dafür garantieren wir mit unserem Namen. Das ist unser Gratis-Service. Exklusiv für Sie. Alle Extras exklusiv. Der Gewinn ist unser Gott. Der kann dann selber heißen, was er will. Auch gar nichts, wenn er will. Oh weh. Was macht die Bank jetzt? Was hat die Bank jetzt daran? Dann gehört Ihnen nichts. 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 Gar nichts. Nichts. Vielen Dank.